Ich sehe, wie jeder Regisseur sich, wenn er seine eigenen Filme sieht, sieht nur die Fehler. Was ist mir alles nicht gelungen? Also wenn ich jetzt einen Film schaue, geht das zehn Minuten, dann passiert, sage ich, oh Gott, das fällt mir immer wieder auf. Also man schaut ja seine alten Filme. Niemand, ich kenne keinen Regisseur, außer er ist ein Vollidiot, der sich seine Filme so mit Vergnügen anschauen kann, muss man schon ziemlich dämlich sein. Man sieht natürlich nur die Fehler, das ist auch, wenn man am Theater an der Oper drin sitzt und sagt, was geht heute wieder schief. Man hat ja einen professionellen Blick, meine Frau hält es nicht aus, mit mir fernzusehen, weil sie schaut sich in einem Film an und kaum setze ich mich dazu, schau dir an den Schnittern, das ist ja grauen. Verderbe ihr völlig die Laune. Das ist eine Berufscharacke.